Wir sind auf der Berl beim Hexeland, zum Oberfeller-Gundelbahn. Das Hexeland ist eigentlich ein super Anfängergelände für Kinder, um Ski zu fahren und die Freude am Schneesport zu bekommen. Ich selber habe auch auf der Berl gelernt Ski fahren. Unsere Kinder haben ja gelernt Ski fahren. Es ist wirklich ein ideales Gelände für auf den Ski zu gehen, für den Wintersport zu lernen. Und schlussendlich bringen wir hier in der nächsten Olympiasie raus. Wir wollen die Pistoflachen erweitern, grässer machen. Wir wollen einen Förderbänder zusätzlich machen, damit die Kinder wieder aufkommen. Und natürlich auch gewisse Spielzeuge drin tun, damit man das Winterland, das Hexeland auch richtig geniessen kann, wenn man noch nicht Ski fahren kann. Das Hexeland war bis jetzt immer gratis. Und jetzt, dadurch, dass wir einen grossen Ausbau planen und wollen, dass es euch gratis weiterhin angeboten werden kann, brauchen wir eigentlich alle Hilfe für die Investitionen zu tätigen. Schiff, da war das Pistoflachen, das Pistoflachen! Schiff, da war das Pistoflachen! Schiff, da war das Pistoflachen! Vielen Dank.